Nein! 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 Entschuldige, ich muss los. Fühl dich ganz viel zu Hause, ja? Wasser gibt's aus dem Hahn. Hal, du kommst zu spät. Dieser Test heute ist enorm wichtig. Ich werde dich da oben schon nicht blamieren. Keine Angst. Jetzt erst mal die Hose aus und die Triebwerke angeschmissen. Wenn ich fliege, habe ich das Gefühl, alles ist möglich. Und egal, wie schlecht die Dinge stehen, da ist immer etwas Gutes hinter dem Horizont. Dein Name? Hal. Hal Jordan. Der Ring hat dich auserwählt. Nutze seine Macht, um unser Universum zu verteidigen. Werde einer von uns. Werde ein Green Lantern. Der Ring bringt eine große Verantwortung mit sich. Verantwortung? Du? Hoffen wir mal. Alles, was ich mir vorstelle, kann ich lebendig werden lassen. Ein Green Lantern muss vor allem eins sein. Furchtlos. Das bin ich nicht. Du kannst deine Angst überwinden. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn, oder? Und was jetzt? Jetzt suche ich mir Ärger. Am hellsten Tag, in finsterster Nacht.